Die Formiker haben Hunger. Sehr großen Hunger. Haben schon jetzt dort am Wattebausch gegeiert. Da. Denn der Bruthaufen. Da. Das lässt sich nicht sehen. Schade. Will versorgt werden. Da jetzt wird das Heimchen-Beinchen auch schon dahin geschafft. Die Art kann nämlich, also bei der Art können die Larven, die großen Larven schon selber knabbern. Das sieht sehr cool aus. Das war es jetzt auch schon vom Video. Wir bekommen jetzt demnächst